Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video, heute mal wieder mifcom.de und zwar mit dem Cyberspring Deal i7-13700KF-RTX4070 für 1.999 Euro runtergesetzt von 2.299 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz vorweg, auch dieses Video wurde mir wieder vorgeschlagen in unserem Video-Vorschläge-Kanal. Wenn ihr wirklich Vorschläge habt, postet sie bitte nicht in die Kommentare. Links werden automatisch sowieso gelöscht dann von YouTube, sondern postet sie auf unserem Discord. Die gucke ich mir immer mal wieder an und dann mache ich darüber Videos, wenn es dann gut passt. Außerdem haben wir ja auch noch Empfehlungen, zum Beispiel für AIO-Wasserkühlung. Da haben wir 240er, 360er, 420er und so weiter. Luftkühler, alles, was ihr so sucht. Auch bei Gehäusen, wenn ihr da Preislisten braucht oder ähnliches, einfach unseren Discord joinen. Dann klickt ihr da drauf und dann ist hier der Link und dann könnt ihr da ganz normal draufklicken. Jetzt ist meine Kamera natürlich davor. Egal, was soll's. Und dann könnt ihr euch die Gehäuse einfach mal ansehen, was euch so passt. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das Bild ist in diesem Fall tatsächlich kein Fake. Es ist wirklich genau das System. Das Mainboard stimmt, der CPU-Kühler stimmt, die Grafikkarte stimmt, das Gehäuse stimmt. Alles super. Sogar der RAM. Der ist auch nicht beleuchtet. Gut, wäre jetzt auch blöd gewesen, wenn er beleuchtet angezeigt wird. Aber das ist völlig in Ordnung. Ich finde das richtig gut, dass wir hier auch wirklich mal die gescheiten Bilder zeigen, weil Miffcom ist eher so, ja, wir zeigen etwas, was nicht da ist. Aber sie weisen auch meistens drauf hin. Es steht auch hier unten, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten. Bitte beachte die jeweilige Auswahl im Konfigurator. Immerhin schreiben sie es dabei. Finde ich aber gut. Und das ist, wie der Name sagt, ein Cyber Spring Deal. Da erwartet man viel von, was den Preis angeht. Da möchte man natürlich ungefähr auf Geilzeitslistenniveau sein oder vielleicht sogar 200 Euro drüber von mir aus. Das geht natürlich auch noch. Ihr werdet sehen, so ein richtiger Deal ist es jetzt nicht. Kommen wir auch direkt zu den technischen Daten. Als Gehäuse haben wir ein Be Quiet Pure Base 500 FX schwarz. Viele, die meine Videos kennen, wissen, designtechnisch mag ich es nicht. Also optisch vom Design her. Technisch gesehen erst reines Case. Man muss natürlich aufpassen, wenn man jetzt wirklich die High-End-Grafikkarten da rein prügeln will, dann ist das alles sehr gequetscht und sehr eng. Da kann man schon mal ein größeres Gehäuse nehmen. Aber das ist rein technisch gesehen und auch von der Stabilität vom Blech her, Kabelmanagement und so wirklich ein gutes Case. Airflow ist auch gegeben durch die Mesh-Front. Dann bekommt ihr auch noch drei RGB-Luffis in der Front mit 120 mm und 140er hinten. Also wirklich Airflow ist da eine gute Sache. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt noch eine Wasserkühlung oben einbauen wollen würdet. Ist jetzt hier nicht dabei. Ist aber trotzdem ein gutes Case. Dann geht die Luft oben auch noch raus. Ihr könntet natürlich hergehen, diese Lüfte auch einzeln bestellen und die dann oben reinschrauben passt. Und das kostet 129,89€ bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein Intel Core i7-13700KF. Der hat 16 Kerne, 8 Performance- und 8 Efficiency-Kerne bzw. 24 Threads, 16 Performance-Threads und 8 Efficiency-Kerne. Das ist ein KF-Prozessor. Das heißt, ihr habt keine integrierte Grafikeinheit. Kann euch aber auch egal sein. Hier ist ja eine Grafikkarte drin. Danach kommt nur noch der 13900K oder KF oder eben der KS-Prozessor. Aber der ist wirklich gut. Zum Zocken geeignet, auch zum Rändern geeignet. Das könnt ihr ja auch alles schon mit einem 136er machen. Aber schön, dass er hier drin ist. Ist ja auch ein 2000 Euro System. Das passt schon. Der hat auch eine TDP von 125 Watt bzw. 253 Watt Maximum Turbopower. Die ballert er ungefähr eine Minute lang. Dann taktet er sich selber wieder runter. Man kann ihn auch über 300 Watt betreiben. Wenn man wirklich alle Limits rausnimmt und wirklich Cinebench rennen lässt, vielleicht sogar noch ein bisschen übertaktet, dann pfeift er sich auch über 300 Watt rein. Der unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Wie immer könnt ihr auch schneller betreiben. Ich betreibe meinen 136er, der ja noch eine Stufe geringer ist, mit 6800 MTS. Also das funktioniert wirklich gut. Bei DDR4 4.000 MTS auch überhaupt kein Problem. Und der kostet 412,70 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus TUF B660 plus WiFi Intel B660. Grundsätzlich ein solides Board. B660 Chipsatz finde ich persönlich ein bisschen schade. Man nimmt sich damit die Möglichkeit zu übertakten. Das geht meistens nur auf Z96 oder Z97. Man kann ein bisschen rumspielen an dem Prozessor. Ja, man hat aber mehr Möglichkeiten mit einem besseren Chipsatz. Man muss auch dazu sagen, B660 war eigentlich für die 12. Generation von Intel gedacht. Mit dem BIOS Update kann man auch die 13. Generation, wie sie hier verbaut ist, auch betreiben. B760 hätte ich besser gefunden. Weil da geht es out of the box. Wenn ihr euch jetzt selber einen Rechner baut, achtet bitte drauf, dass ihr B67 nehmt oder die Möglichkeit habt, bei dem B660 ein BIOS Update zu machen. Ansonsten hat es gekühlte Spannungswandler, vier Rahmenbänke. Hier kann der SSD verbaut werden. Hier unten können noch zwei weitere verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und hier habt ihr noch drei Slots für Erweiterungskarten, wie zum Beispiel eine Capture Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit TOS-Link, WLAN und Bluetooth Antennenanschluss. Das ist also schon mit dabei. Da bräuchtet ihr jetzt keine Erweiterungskarte oder ähnliches. Dreimal USB 3.0, USB 3.1, Netzwerkanschluss, USB Typ C ist auch mit dabei. USB 2.0 haben wir einen Anschluss und die Onboard-Grafik, wie gesagt, könntet ihr theoretisch benutzen, wenn es nur ein K-Prozessor wäre. Hier geht es absolut gar nicht. Ihr müsst das Bild über die Grafikkarte ziehen. Grundsolides Board. Finde ich designtechnisch auch hübsch. Kann man machen. Wie gesagt, B67 wäre geiler gewesen, aber es funktioniert. Und das kostet 165,80 Euro bei Quipper. War früher E-Quipper, die haben ihren Namen geändert, warum auch immer. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X GainWard Ghost. Und hier wissen wir zumindest, was wir bekommen. Es ist eine 4070, die GainWard Ghost Variante. Das heißt, das Design wird sich auch nicht ändern. Es sei denn, die schmeißen jetzt natürlich die Artikelbeschreibung um. In einem 2000-Euro-System nur eine 4070, gerade in Kombination mit diesem potenten Prozessor, weiß ich nicht. Ich wäre lieber auf einen 13.6er gegangen und dann auf eine 4070 Ti. Die Grafikkarte ist weiß Gott nicht schlecht. WQHD Gaming super, Full HD sowieso. Und 4K, ja, da kommt es auf den Titel an. Die ist natürlich leistungsschwächer als eine Ti-Grafikkarte, aber einige Titel laufen auch in 4K. Ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass Hogwarts Legacy da auf alles auf Ultra richtig geil FPS ballert. Selbst das schafft die 4070 Ti nicht. Aber wenn man ein bisschen mit den Einstellungen spielt, schafft die auch 4K. Ist natürlich auch die aktuelle Generation, genauso wie der Intel Prozessor, habe ich eben gar nicht dabei gesagt. Die 13. Generation ist im Moment die aktuellste Generation, genauso wie die 40er Reihe von Nvidia. Den FPS dazu findet ihr wie in meiner Videobeschreibung. Und die kostet 599 Euro bei Alternate. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 3000 MTS Corsair Vengeance LPX 2x16 GB. Erstmal vorweg, 32 GB ist eine feine Sache. Würde ich heute auch empfehlen, auch bei einem 2.000 Euro System. Aber DDR4? Also ich verstehe es irgendwo, wenn man ein 1.500 Euro System hat, da wandert dann ein Ryzen 5800X 3D oder so rein, ja. Der läuft ja nur mit DDR4. Aber selbst dann, 3.000 MTS ist halt viel zu wenig. Intel selber sagt als Empfehlung 3.200. Jetzt haben wir hier 3.000er. Das heißt, ihr habt Leistungsverluste, gerade in den Average FPS, beziehungsweise auch den Minimum FPS. Finde ich sehr, sehr schade. Und wie gesagt, ich wäre hier schon mit DDR5 gegangen, gerade mit dem Prozessor. Der funktioniert ja mit DDR5. Natürlich wäre das Board dann ein bisschen teurer geworden, der RAM natürlich auch. Aber die Preisunterschiede sind nicht mehr so krass. Also nochmal zusammengefasst, 32 GB, ja. Die Taktung, nein. DDR4 schon mal gar nicht. Aber lasst mir dafür eure Meinung mal bitte in den Kommentaren da oder auf Discord, weil wir stellen gerade Listen bis 1.500 Euro zusammen und wir würden gerne wissen, was ihr davon haltet, wenn da noch DDR4 reinwandert. Hier ist ein 2.000 Euro System, brauchen wir nicht drüber reden. Aber bei 1.500 Euro, ob da DDR4 noch okay ist, aus eurer Sicht. Und der kostet 71,56 Euro bei MineFactory. Die SSD ist eine 1TB Samsung 980 Series. M.2, 3.500 MB die Sekunde lesen und 3.000 MB die Sekunde schreiben. Das wäre dann diese hier. 1TB bei 2.000 Euro. Es wurde mal in den Kommentaren halt gesagt, pro 1.000 Euro 1TB. Das heißt, die müssten mindestens 2TB reinwandern. Bin ich auch voll dabei. 1TB finde ich ein bisschen wenig. Die Geschwindigkeit ist okay. Ist so eine Durchschnittssd, das kann man machen. Auch von Samsung. Ist qualitativ auch einigermaßen in Ordnung. Aber ja, 1TB finde ich ein bisschen wenig. Und die kostet 55,89 Euro bei csvdirekt.de. Das Netzteil ist ein 750 Watt Bequiet Pure Power 12M 80 plus Gold. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie. Ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Ist ein geiles Netzteil. 750 Watt völlig ausreichend für das System. Schon der neue Stecker mit dabei für die neuen Grafikkarten. Die 4070 gibt es in zwei Varianten. Einmal mit dem alten Stromstecker und halt mit dem neuen High Power Anschluss. Ist beides bei diesem Netzteil mit dabei. Egal welche Grafikkarte ihr jetzt kriegen würdet. Wir wissen jetzt, was wir hier kriegen. Aber wenn ihr jetzt eine mit dem neuen Stecker hättet, hätte das Netzteil auf jeden Fall das mit dabei. Also das ist soweit auch völlig in Ordnung. Und das kostet 108,39 Euro bei Mindfactory. Soundkarte, HD Audio Onboard. Ja, das wissen wir ja. Das war ja 7.1 mit Tosslink. Hier CPU-Kühler Bequiet Darkrock 4. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 200 Watt. Wenn wir uns zurückerinnern, der 13700er hat eine TDP von 125 Watt, also dieser Base Clock. Sobald er aber in den Turbo geht, bei 253 Watt sind wir über den 200 Watt Herstellerangabe von Bequiet. Also man muss es jetzt mal so sehen. Beim Zocken werdet ihr diese 253 Watt sehr wahrscheinlich nicht ausreizen. Wenn ihr euch aber einen 13700 KF kauft oder K, ist ja völlig wurscht. Und ihr wollt damit vielleicht mal ein Video rendern oder ihr macht mal einen Belastungstest oder so. Wird dieser Kühler nicht reichen? Beim Zocken ja. Beim Rendern und so weiter nein. Der ist qualitativ echt ein guter Kühler. Gar keine Frage. Ist auch so ein Brocken. Da gibt es ja auch noch die Pro-Variante von. Der ist dann noch fetter. Aber der ist so ganz okay, aber für diesen Prozessor nicht ausgelegt. Ich würde bei dem schon sogar ein bisschen Bauchschmerzen kriegen bei einem 13600 KF und hier ist ein 13700er drin. Ja, schwierig. Auch dazu gerne mal die Meinung in die Kommentare reinposten, was ihr davon haltet. Weil wie gesagt, für Dauerbelastung, das weiß ich, das schafft der nicht. Aber ob es realistisch ist beim Zocken, dass man dann wirklich immer nur mit dem geht. Und der kostet 67,39 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem ist Windows 11 Home, 64-Bit inklusive A plus UEFI Installation. Diese UEFI Installation, A plus Nummer von Mifcom ist einfach nur, die machen ein BIOS-Update, die installieren euch die Treiber und so. Das ist alles nice to have. Das ist okay. Und Windows 11 Home, klar, aktuellstes Betriebssystem. Gerade für den Prozessor auch wichtig wegen dem Performance und Efficiency Kern. Man kann auch die Pro-Variante nehmen, aber Home reicht für die meisten eigentlich völlig aus. Und das kostet 55,89 Euro bei MySoftware. Garantie, drei Jahre Garantie, inklusive Pickup und Return. Das ist immer wieder, ich sag's in den Videos, auch immer wieder eine feine Sache. Drei Jahre lang Pickup und Return. Wenn was mit der Kiste ist, kommt der Postbote zu euch nach Hause, klingelt, packt sich das Ding unter den Arm und dann ist er weg. Und dann wird das Ding auch vernünftig repariert und das über drei Jahre hinweg. Ich sage das so deutlich, weil es viele Systemintegratoren gibt, die jetzt, sag ich mal, zwei Jahre geben und davon nur ein halbes Jahr Pickup und Return oder nur ein Jahr. Hier ist es wirklich über die komplette Laufzeit. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.666,51 Euro. Das System soll kosten. 1.999 Euro. Da seid ihr jetzt gegenüber Geizhals über 300 Euro teurer, wenn ihr so wollt. Jetzt kann man natürlich einfließen lassen, dass die diese drei Jahre Garantie geben und so weiter. Ja, alles schön. Mindfactory nimmt für das gleiche System, wenn ihr euch das bei denen so zusammenstellt, 190 Euro fürs Zusammenbauen. Also es ist nicht die krasse Abzocke. Es ist aber auch kein Deal. Es ist halt, ja, weiß ich nicht, wie man das bewerten kann, auch mit der Garantie und so. Das ist wirklich nice to have, gar keine Frage. Aber ich finde ihn ein bisschen zu teuer. Und dann kommt halt dieser Ausreißer mit dem RAM. Das verstehe ich nicht ganz. Wir können darüber reden, dass jetzt da ein B660-Board drin ist und anstatt ein B67-Jahr, es funktioniert. Aber diese Ausgewogenheit zwischen Prozessor und Grafikkarte ist nicht gegeben. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was wollt ihr mit dem Teil machen? Wenn da jetzt jemand ist, der wirklich viel Prozessorleistung braucht, aber weniger Grafikleistung, dann kann man das System kaufen. Aber für den normalen Zocker ist der 13.700 KF zu stark und die 4070 dann zu schwach. Das hätte ich lieber andersrum gemacht. 13.6er rein, 4070 TI rein. Aber wie gesagt, DDR4 und dann auch noch 3000 MTS ist halt einfach irgendwo, ja, ein bisschen Resteverwertung, glaube ich. Und das mit dem Luftkühler, ja, da könnt ihr euch gerne mal in den Kommentaren drüber auslassen. Da würde ich mal gerne eure Meinung zu hören. Ich persönlich finde den halt einfach zu schwach. Da gehört eine Wasserkühlung rein mindestens eine 240. wenn nicht sogar eine 360. Wird bei dem Gehäuse aber auch wieder schwierig, weil wenn man die 360 in die Front einbaut, wird das wieder ein bisschen sehr knapp mit der Grafikkarte. Ah, ist so ein Thema. Also kurz zusammengefasst, leider ein bisschen zu teuer, obwohl es ein Deal sein soll. Aber konfigurationstechnisch auch nicht so geil. Naja, ihr wisst Bescheid. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und ein Abo wäre auch ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020